Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge World of Warships Wanket Season 9 Und ihr seht's, jetzt bin ich mit der Alabama drin und wir haben jetzt keine Flugzeugträger Ist klar Aber na gut Es ist typisch Ah, wir spawnen mal auf der anderen Seite Der auch was Ah, 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 ah Ja Das ist eine Idee mit RB Oh Gott, der hat auch diese Halloween-Tornung, ne Ist klar Ja, wenigstens nur 1 DD pro Seite Ja Was machst du denn hier Turpitz Willst'n du lang Ja, dann fahr Und halt hier nicht den Betrieb auf So, jetzt habe ich dir in den Arsch getreten hier Dann soll er auch Gas geben Ja Finde ich jedenfalls So, gucken wir mal Ah Affirmative Also die Kagero muss raus Also die Gegner auch schon, ne Damit wir uns jetzt richtig verstehen Ja, ähm Ah, treffen wir uns, das wäre sehr schön Na, eins, drei. Jawoll, vorbei. So. Oh, 15.000. Ich dachte gerade schon vorbeigeschossen. Das wäre es ja wohl noch gewesen. Hm, na komm, ich warte nochmal auf die Turpels. Ach, Bismarck, nicht Turpels. Na gut, die sind demselbe, ne? Aber... Egal. Ja, ist klar. Natürlich, ja, pff, pff, epische Null Damage. Natürlich. Ja, ja, hm, hm. Das ist reine Logik hier nur, ne? Das macht alles Sinn. Das soll so sein. Das ist alles geplant und muss so. Irgendwas schießt auf mich und zündet mich an. Das finde ich auch schon richtig toll. Wollte ich nur mal so, so anmerken. Und es passiert irgendwie gerade gar nichts, ne? Ist mir nur so komisch aufgefallen, also... Das ist... Hm, tach. Richelien muss ja vorne auch gepanzert sein, wie so'n, wie so'n Schlachtschiff. Ahaha, es ist ja auch ein Schlachtschiff. Bin ich lustig. So. Ähm, ja. Genug der Witze und Wortspiele. So. Jetzt gucken wir, ob der fett rückwärts. Und der ist noch hinter der Insel. Okay. Fahr mal gaaaanz langsam vor. Au. Anscheinend epische 1000 Damage. Okay. Da brauchen wir jetzt nicht mehr drauf ziehen. Ah. Die Bismock fährt ja gleich wieder. 6. 8. Ist klar. Ich möchte auch irgendwann mal Damage machen. Das ist jetzt nur mal Soße-Info. Ist klar. Jetzt brenne ich auch noch doppelt. Der DD ist hier drin. Ahja. Ahja. Jetzt geht's aber los hier, ne? Jetzt zielen 6 Leute instant auf mich. Ist... Ne, das lass' ich jetzt... Lass' ich jetzt nicht auf mich sitzen. Und fahre rückwärts. Punkt. Blirat. Ach, Erschießen. Ja. Ist klar. Hat da mir ne 27.000er verpasst. Ne, also das Gefecht läuft da auch schon wieder grob nicht. Ah. Ah. Ja, wow. Weil die Türpels da schon wieder sonst so weit hinten fährt, ne? Ist klar. So sieht er aus, ne? So sieht er aus, ne? Na, immerhin. Ja, komm. Lass' ich noch toben. Oder so. hm... na ja... hm... Das Gegenteil hat den Weg gebracht. Ah, ok. Ah ja. Das war gar nicht mal so ein Ufer. Aber der ist jetzt auch der letzte. Na ja, gut. Und ob der da schafft, ist die nächste Frage. Glaube ich ja jetzt persönlich nicht, aber okay. Oh ja. Na ja, also wenn die treffen, ist das aber sehr knapp. Okay. Oh ja, die haben noch getroffen. Ja, trotzdem. Wie gesagt, sehr knapp, ne? Oh, da kommt Torps. Blup. Ja, das war. Ja, jetzt sind wir wieder Rang 17, na? Glückwunsch. Toll. Ja, das war 119.000 Credits. Vorletzter ist, klar. Welch, aber ja, wo war denn der überhaupt gewesen? Keine Ahnung. Ach, ach, der hier. Ja, so, das, dann würde ich sagen, das war's wieder für diese Folge und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.